die 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 und gehört aber schon wieder von den morgen gibt es ja irgendwie Mauern oder so das stimmt was zu stellen er gibt es nicht tun was soll es zu geben genau es nur die erweitert er mich betrogen und verlogen und hat sich und fast und seiner um und da kann auch waren Mr. Lava, Lava. Diamond Handsaw? Nein, ich will das nicht sagen. Wie mache ich den? Ach, den habe ich schon, ne? Handsaw. Eisenbarren. Eisenbarren. Okay. Haben wir Eisen? Nein, aber wir haben Eisenbarren. Ah, ich habe Eisen gefunden. Und da? Ja, was gibt es denn da? Eisen? Ja, das auch. Ach, ich vergesse ja immer, dass ich das Jetpack habe. Das Jetpack? Ja, das Jetpack. Ich habe auch einen Jetpack, manchmal. Nein, wir haben alle einen Jetpack. Nein, du nicht. Doch, ich habe einen. Nein. Nein, immer noch nicht. Wieso nicht? Du nicht. Weil du ganz hast. Nein, ihr seid scheiße, wisst ihr das eigentlich? Ja. Und? Finde ich halt gut so, dass das scheiße ist. Nein, das ist nicht scheiße, das ist awesome. Nein, ihr seid scheiße. Und zwar beide. Und awesome. Oh, hey. Oh, doch. Ne, ihr seid... Gib mir jetzt mein... Oh, Minecraft, fix this single core shit. Please. Weiß nicht, kann ich nur auf jeder Sendung wieder sagen. Ach, ja. 150 FPS ist nur, es leckt. Oder wie war das? So ähnlich. Das ist selbst geil. Was? 150 FPS, oh nein, es leckt. Ja. Ist ja auch so. Ja. 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 Das ist jetzt 280 Frames pro Sekunde. Du gerade hast? Ja. Loll. Ach so, ne, da muss ja der da rein. Wieso wird es jetzt eine 8? Das finde ich war gar nicht toll, ne? So, das heißt, den habe ich. Die macht man... Ah, jetzt brauche ich schon wieder so ein MV-Teil da rein. Das haben wir doch irgendwo noch stehen. Das ist ein MV. MIV oder so ähnlich. Ja, ja, den brauchen wir aber noch. Den haben wir schon stehen, das ist dieses Teil. Oh, ne, ich brauche es zum Craften. Ne, das kriegst du nicht zum Craften. Ja, ich baue mir gerade einen. Oh, nein. Dann muss er wieder alle meine Diamanten aufwenden, die ich so... Ja, dafür brauchen wir keine Diamanten. Dann meinen wir was anderes. Kann sein. Das heißt, was ich dafür brauche, ist Gold. Ach, was weiß ich, ich nehme einfach direkt das ganze Gold. Verarbeitet ist zwar nicht alles, aber... Mich mauen Rain, wen interessiert das schon? Rain-Train fährt nach nirgendwo. Immer wieder sehr sinnlos. Ich weiß. Sinnvoll natürlich, sorry. Okay, ich habe wieder 23... Wie heißen die Lila? Also 23 Lila-Steine. So, wo ist der Ausgang? 23 Lila-Steine. Oh Gott, Tobi! Obsidian. Ach Gott, das ist ein... Bar. Through Infinity! And beyond. Kann man zu schnell nicht? Ich hoffe mal. Wollen wir mal pennen gehen? Scheiße, man kann in Iron Furnace nicht mehr in den... In Mesurator packen. Oh scheiße, ich glaube ich habe den falschen Speicherort. Oh ja, habe ich. Kurzer Aufnahmestopp. Ich bin wieder zu Hause. Hallo Tobi, hast du heißen? Hallo Tobi, hier sind wir wieder. Wieso sind da rote Striche? Warte mal. Wie kann ich jetzt außerhalb von Fraps... Ich muss... Ah, okay. Jetzt funktioniert die Aufnahme wieder. So. Ähm. Nein, wir haben nicht zufällig noch Eisen. Guck mal, Seth, was ich mitgebracht habe. Ups. 48. Achso. Ja gut, dann werde ich jetzt die Show hier anscheinend alleine weitermachen. Aha. Ja. Ja, Arne. Das stimmt jetzt so. Diese komischen Rotsteinleitungen brauchst du doch bestimmt nicht mehr, Sepp, oder? Nein. Nein. Er kann den nicht widersprechen. Alter, jetzt ist seine Mutter wieder im Zimmer, ey. So bin ich jetzt wieder da. Und das schreibt er. Ja, genau. Logik, Sepp. Logik. Ne. Doch. Nein, mein Vater. Oh, der Vater war an der Hut. Und wieso darf der Vater nicht einfach mit der Aufnahme mitmachen? Der zackt doch auch mit Call of Duty. Ja, Meinschaft und so. Call of Duty, der Vater. Schau mal vor, mein Vater kommt so rein. Was zockst du da? Call of Duty, da kommst du rein. Ja, für unsere Deutschlehrerin. Was hast du denn für eine schlechte KD? Jetzt lass mich doch machen. Ja, unsere... Hast du noch nicht gehört von unserer Deutschlehrerin heute? Weißt du... Wir haben heute so besprochen, dass wir am Ende des Jahres mal eine Montagnachmittagsstunde dazu hernehmen, um ihr beizubringen, wie man Call of Duty spielt. Okay. Mit der Xbox. Ja. Die nehmen wir da mit in die Schule und zocken über den Beamer an der Leinenwand. Really? Ja. Du verarschst mich. Nein, ich verarsch dich nicht. Doch, du verarschst mich. Nein, das ist von meinem voller Ernst. Wir machen das ohne Erlaubnis. Wir sind halt voll die Ultra-Pros. Ja, aber wir betteln uns dann mit dir. Ja, Christian. Ich wäre so gelacht. Ich würde so lachen, wenn ihr euch richtig fertig macht. Ja, ich nehme auf. Ähm, Tobi, deine Meinung Turtle kann nichts mehr einsammeln. Das ist mir wurscht. Äh, kannst du es rausschneiden? Was? Den Namen, den ich gerade gesagt habe. Christian. Es gibt 50 Christen auf dieser Welt, ey. Keiner weiß, wo ihr wohnt. Das ist ein Kumpel von mir. Äh, hat... Das wäre geil. Hat gefragt, für was man, ähm, was eine, sogar, was eine, ähm, Grafikkarte mit Computerspielen zu tun hat. Spätestens jetzt müssen die wissen, dass das kein Freund von dir ist. Doch. Das ist ein Kumpel von mir. Ah, warte mal, irgendwie verschiebt sich deine Mining Turtle immer ein bisschen kann das? Ja, ja, die macht quasi. Die macht immer ein Stückchen nach links oder wieder ein Stückchen nach rechts. Ja, das macht die auch. What the fuck, wie tief ist die denn? Brauche ich gerade nicht. Ich seh mal gerade die Ressourcen in den Wänden auf, weil ich unbedingt Ressourcen brauche. Me too, aber ich war jetzt jetzt gerade, äh, meinen und ich baue nur Kohle jetzt mittlerweile. Wo ist meine? Da ist meine Awesome Spitzhacke. Obwohl, ja, die Kohle lass mal da liegen, weil die baue ich dann später mit meiner Awesome Spitzhacke ab. Nimm doch einfach einen Mining Laser. Nein, eben nicht. Weil mit meiner mega geilen Spitzhacke krieg ich mehr raus. Mega geil Enchanted. Ja. Fuck. Mein Kobbelhacker ist voll. Ja, die macht ein bisschen sehr viel Kobbel, die Mining Turtle Röder. Ja, die hat so. XD. Komm, zeig mir, was hast denn du alles? Äh, hallo. Ja, du sollst mir zeigen, was du alles drin hast. Die fährt meistens weg, ja. Ne, hat nichts drin, was ich haben will. Die hat überhaupt nichts drin, was du haben willst. Obwohl, die hat es sogar ein bisschen, ja, Flint hat sie drin. Genug Flint. Den brauche ich. Unser Boden sieht schön aus. Ja. Der ist cool, ne? Ja, wo sind meine Eisen? Da ist mein Eisen. Weißt du auch, wie man, weißt du auch was, ne? Boden Special Feature? Ja. Cool. So. Der Boden sieht echt geil aus. Wir haben jetzt das Lager komplett aus Obsidian gebaut. Ah, guck mal, ich muss immer die Brightness wieder hochstellen. Echt, ich nicht. Echt, ich nicht. Also, das wäre ja wohl. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich mit dem Mining-Lasern pack, deswegen packe ich letztes Mal... Okay, jetzt hat erstmal einer bei mir angerufen. Nein, du scheiß Creeper, man. Oh. Ey, wenn du was kannst... Oh. Die schützen ja entgültig die Mauern. Der ist doch voll. Die Mauern gehen nicht kaputt, also die Erde da drunter geht. Okay, jetzt lächst es gerade wie so lächst es gerade so krank, aber richtig krank. Pitche. Ich verschiebe gerade nur 64 GB... Äh, 24, das muss doch gehen. Warum liegt da ein Pfeil? Wow. Weil ich sie gerade dahin gegangen habe. Ruckel, ruckel, roll, ruckel... Ah, jetzt geht's dir da. Einigermaßen. Ich freue mich schon auf die Aufnahme, weil ich da wieder Augenkrebs kriege. Ne, du musst sie ja nicht anschauen. Wollen wir auch, ja. Um zu sehen, was du da... Ach stimmt, da könnt ihr sehen, was ich baue und ich glaube, mau. Das fällt auch schwer, ne? Ja, und du bist alleine. Deswegen meinst du, dass wir dich aufnehmen lassen? Du bist ja alleine. Und wir haben Dari noch überredet, dass er zu uns kommt. Dari war heute... Gestern war er noch der Meinung, dass er dir helfen soll. Heute ist er der Meinung in der Schule gewesen, dass wir unbedingt Hilfe benötigen. Ihr. Okay, doch, ihr kennt euch nicht so gut. Ihr kennt euch nicht so gut, aber trotzdem. Ähm, doch. Du kennst dich besser in Computercraft aus, aber trotzdem. Ich kenn mich. Das kommt noch. Ich kenne mich. Ich setze hier gerade so ein paar Blöcke. Was fährt vorbei? Die Mining-Türte. Ja, richtig geil. Alter, da sind doch noch 24 Gigabyte. Haben wir das jetzt nicht mal verschoben endlich? Lol. Sauber, Sepp, du kannst mal wieder sehr gut zählen. Ach, kann ich sogar. Nur wenn ich's falsch anordne, geht's auch nicht auf. Aber dafür brauche ich noch Redstone. Alter, wie viel Zeug man hier einfach verbaut. Fold the cranky sheets. Ja, das ist richtig übertrieben. Also, äh, Techett zieht schon richtig viele Ressourcen, das muss man einfach sagen. Nein, das meinte ich eigentlich gerade gar nicht, aber es ist ja Rain Train. Oh, er hat Rain Train gesagt. Das sag ich schon lange. Nur nicht so oft. Techett, wie gefällt dir denn unser neuer Vorraum? Ähm, einen Moment, ich muss gerade nochmal was durch den Next Trader stopfen. Stopf es durch. Ähm, du hast hier oben kaputte Macht. Deine Tür funktioniert nicht mehr. Welche Tür? Die Tür da oben. Oh, scheiße. Ja. Kurk hat deshalb wieder was zu tun. Ich hab genug zu tun. Ich weiß. Ich auch. Äh. Bin halt nicht immer so vorsichtig mit deinem... Mit dem Mining Laser. Na ja. Dann bist du halt... Oh man, ist vielleicht hier wieder runter, naja. Ähm, warte so. Hopp. Okay, Schiss auf. Wie macht man die, die... Boah. Nein! Das muss ich bei den letzten neun Obsidian dafür aufbrauchen, oder wat? Ja, genau. Ah. Naja, so muss ich mal wieder Tobis Schaltung fixen. Haha, fixen. Oh man, Tobi. Hot... Down. Ja. Hallo. Wo ist unsere... Warum ist die Tür eigentlich durchgehend offen? Weiß es nicht. Ach so, wir haben das Programm noch nicht gestartet. Ähm, wir haben ein bisschen wenig Koppel. Nein. Doch. Nein. Doch. Wir haben nur ungefähr eine Doppelkiste voll. Tobi, soll ich mal ein paar mehr Kisten holen? Ja. Klar wäre ich aber im Arne, der hat sie. Ich habe auch keinen Koppel. Ja, trotzdem. Wir müssen ja einfach nur einmal kurz mit meinem Mining Laser durch die Wand schreddern. Ja, haben wir ja. Dann brauchst du. Zepp zieht, was ich mit dem Mining Laser anrichten kann. Äh. Ob Atobi-Sell. Oh. Macht's was, wenn irgendwelche Viecher in dem Weg von deiner Mining Turtle laufen? Ich hoffe... Nicht. Fuck. Was sind noch... Hallo? Oh. Elendige Skelett, du elendige Skelett. Oh, ich bin schon wieder fast tot. Das ist so wunderschön. Ich finde das wie... Wunderschön. Ich fände den Mining Laser viel geiler als Waffe. Boah. Äh, ich muss mal gerade was snacken. Tobi, beschütze mich mal. Was? Du? Ja, ich muss mal was snacken. Wäre für mich auch mal wieder gut. Was habe ich denn noch so dabei? Ah, Rottenflash. Ich müsste auch mal was essen, warte mal. Musstest du gar nicht. Ich habe richtig viel... Kannst du mir mal gerade dein Mining Laser-Gedönster rüberschmeißen? Alter, ist er jetzt noch nicht fertig übertragen? Ja, okay, komm. Die 45 Sekunden stehe ich jetzt noch den Ladebildschirm an. – Laderbildschirm, 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 laderbildschirm... – Das ist mein Ladebildschirm Rap. – Ladebildschirm, 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 ladebildschirm... – Arne, willst du noch kompletten Zuschauer verscheuchen? – Ja, ok. – Unsere Fünf. – Noch ungefähr fünf Sekunden verbleibend. – Ups. – Ups. – Ups. das hört sich nicht gut an hat es ist doch nicht so gut ich spür gar nicht nix schät flüssig nicht und schon steigt zurückartig auf 45 FPS das Leben ist wunderbar Tobi ich hab glaube ich gerade deine Mining Shuttle mit dem Laser abgebaut hast du dich jetzt erschrocken? also ich hab Schaufel und ich hab Kiste und ich hab meinen Laser oh fuck wie baue ich denn hier die Sachen hin deswegen kleide ich ja hier alles mit Obsidian ab, dass du hier nix mehr kaputt machen kannst schieß mal auf das Obsidian drauf geht kaputt was? echt? ja fuck ich steh's nochmal drauf ah danke glaubst du es mir oder muss ich nochmal drauf schießen? ne ne ich glaub es dir schon okay ja ich glaub wir brauchen einen zweiten Mining Laser oder? ja bin ich auch dafür mindestens noch einen äh aufnahmestopp wieso? weil weil bei was? okay bis zum nächsten Mal bis dann tschüss tschüss okay Vielen Dank.